tach ich muss das noch üben mit dem mit dem intro aber ich mache es immer anders außer das klatschen klatschen ist immer gleich das ist so ein cut freut sich patrick da geht es los da geht es los schnitt und hinten dann noch mal schnitt und sonst ist alles immer so extremst random wir kommen ja noch auf youtube zu sprechen ich habe mich ein bisschen informiert durch die blume natürlich aber erst mal cool dass am start bist die in dank des jahres immer gleich wer bist du was machst du mein name ist patrick patrick muss koto ich komme aus halle saale geboren und aufgewachsen ich bin künstler von leidenschaft tätowierer ich mache musik ich mache viel sport ja ich create ganz viel das ist so mein ding meine leidenschaft und ich versuche immer irgendwas neues zu machen sehr beschäftigt halten im kopf oben so brauchst du das musst du immer musst du immer ja also für meine ich fühle es irgendwie für meine entfaltung so ein bisschen so ich habe es irgendwie so meiner passion dass ich immer irgendwie mich kreativ entfalten muss ja meine passion irgendwie befriedigt zu halten so die ganze zeit okay lass uns mal am anfang anfangen das ist wie gesagt das erste was ich auch weiß oder was mir auch patrick gesagt hat lustig übrigens patrick und regisseur ist auch patrick also heute ist es am start heute die irgendwie in der region leipzig halle irgendwo rum huschen ja das erste was er mir gesagt hat patrick war youtube youtube riesenthema bei dir gewesen und vielleicht ich weiß es nicht eventuell das wird auch bei tick tock landen oder andere ausschnitt da habe ich schon die wildesten sachen gelesen also da kennt jeder gefühlt irgendwie jeden und vielleicht erkennt ihn auch noch jemand könnte sein ja der ein oder andere könnte mich vielleicht erkennen also ich war jetzt nicht der hauptakteur von dem youtube ding damals ich habe das mit einem kollegen gemacht der war da ganz ganz versessen darauf und er hat das auch richtig gut gemacht und wir hatten eine gute zeit und dann hat mir eine schlechte zeit auch wieder und dann haben wir das so ein weniger gemacht so aber damals so 2015 14 so haben wir angefangen damit und haben das zwei drei jahre gemacht und waren auch gut erfolgreich damit so und dann war dann irgendwann irgendwann nicht mehr so ganz die interesse dran weil dann kam dieses artikel 13 gesetzt und voll viele videos wurden runtergenommen und das weiß ich noch wo das bei instagram auch durch die seiten so durchgeballert worden es war so eine komplette youtube also es ging alles nach unten bei vielen youtuber waren war das halt voll die krise krisenzeiten vor allem die so underground mäßig ohne kooperation gearbeitet haben viel von sich selber gemacht haben die wurden dann sehr gedrosselt so und dann bei uns war so glaube 80 prozent von allen videos die wirklich auch viral gegangen sind teilweise einfach vom netz genommen und dann war dann halt so wie viel war das insgesamt dann also haben stimmt so 20 videos bestimmt also weiß jetzt nicht mehr genau muss ich noch mal fragen aber ja ungefähr 20 videos waren das und ein paar davon hatten schon knapp eine mille klicks schon gehabt so und ja das hat halt sehr krass geflasht so dann hatte man wirklich nicht mehr so krasse motivation ist noch weiterzumachen so aber wir sind da noch dran dass das wird wieder das bekommen wieder ins game gibt mal so ein paar paar insights also wie hat wie ging die idee damals los anzufangen also ich wie gesagt ich weiß nur patrick muss und koto war fucking big im game bei youtube was habt ihr gemacht und wie ist das entstanden also wenn man jetzt mal richtig zurück geht das war ganz am anfang wir können auch in der kindheit anfangen ja als kind kommst du nicht auf die idee sagst ich mache youtuber gab es noch nicht ja also so ähnlich also wir haben uns damals mit 14 13 getroffen also kennengelernt also ist mein mein best buddy wir machen wirklich alles zusammen so wir machen ein bisschen zusammen und chillen jeden tag und ist halt so eine freundschaft so kann man sagen und damals haben wir halt viel gechillt und halt anders als andere wir waren halt nicht so viel unterwegs sondern immer so unter uns und ich hatte so einen alten camcorder zu hause rumliegen und mein homie meinte immer so dass man ein paar videos machen so just for fun für uns einfach so weil es cool ist was spaß macht so und das war dann damals hat richtig unser hobby wir haben das voll aufgemacht und dann kleine collections am start gehabt so unsere eigenen videos so und es ging dann mit ich glaube mit 16 los so zwei drei jahre später bist geboren 93 genau bin ich bin 19 29 jetzt ja da war ich 2 9 so in dem bereich quasi wir sind ja auch youtube anfänger mit youtube 26 damals noch so mit wie hießen die ganzen youtuber noch so von damals simon desjude und so diese zeiten mr tutorial war es die mann simani wieder heißen ja genau genau oder diese zwei russischen brüder so zum beispiel die damals das ganze youtube game in der hand hatten so da haben wir angefangen und da war halt die konkurrenz noch nicht so krass wie heute so also hat halt nicht jeder zweite hat youtube gemacht und wenn da konnte halt schon differenzieren wer jetzt gut war oder nicht weil das war halt damals schwieriger krass zu werden beziehungsweise auch cloud zu bekommen und so weil das hat schwer videos zu bearbeiten zu schneiden die ganzen programme damit klar zu kommen beziehungsweise ja genau damals konnte es auch noch nicht jeder heute hast du halt das gefühl und das ist mein eindruck auch anzufangen und du bekommst ja auch den eindruck so ein bisschen vermittelt zumindest wenn du nicht gerade am anfang direkt erst mal fünf sechs scheine hinlegst ja programm und für eine ordentliche kamera und so dass du dann direkt mal auf einem peak level da konnte raushaust keine chance weil auch natürlich der zuschauer und die zuschauerin so einen anspruch haben auf jeden man selbst ja auch also das kostet auch durch tik tok teilweise durchdenkst du woher ja das sieht so vergrinselt aus und hat dieser wiedererkennungswert den dann richtig zu finden und sich zu festigen so dass man nicht in irgendeine trennschiene rutscht oder irgendwie abgestempelt wird dass man immer nur dasselbe macht so dass es war damals recht schwer also wir haben da echt viel viel gemacht viel was so kreativ ist da vor allen dingen reingepackt und heute wenn ich mir das angucke sowie viele youtube machen ist halt alles die sehen ein trend irgendwas geht viral und dann wird da angeknüpft und dann wird versucht darauf aufzubauen und ja also ich finde es hat sich schon krass geändert so von damals zu heute so was war denn euer erste konnte wenn du sagst ihr habt da clips gemacht und collagen und so zusammen gepackt unser ganz erster content war comedy wir haben clips gemacht wir haben parodien gemacht wir haben halt so den stuff gemacht den junge leute halt sehen wollten so etwas bei uns im kopf war was wir so cool fanden das haben wir dann versucht nachzumachen so richtung richtung prank schiene oder wo ging das dann hin so nö das war wirklich so zum beispiel fünf dinge an einen besten friend oder fünf unterschiedliche lehrer oder sowas so diese geschichten halt so und dann hat man versucht so voll zu ecken und so ein skript geschrieben also richtig schon mit ja ja also wir haben jetzt kein drehbuch gehabt sondern so ein grobes skript so wie es ungefähr sein soll dann halt einfach so irgendwie irgendwas versucht zu machen so und dann hat das halt irgendwie immer geklappt so spontan so selbst die motivation war halt mega krass also ich meine ich meine du nennst dich ja auch kreativ oder creative artist whatever ich sehe mich auch so sprechen ist kunst ja safe und generell was erschaffen ist ja alles so alles ich muss sagen ich komme mit diesem kommen wir noch dazu weil früher hieß es ja auch nicht influenza ist es ja anders oder dass es den begriff noch nicht gab ich komme überhaupt nicht klar oder auch mit weil jeder ist influenza finde ich also jeder in dem sinne wie man es definiert natürlich ja und nur weil jetzt keine ahnung vielleicht die bäckerei fachverkäuferin dir keinen rabattcode hinknallt fürs brötchen influence übertrieben gesprochen natürlich ja trotzdem sagt wenn ich sage was empfehlen sie denn und sie sagt das ist das ist das ich finde creator echt besser ja finde ich auch oder halt artist so wird immer ein bisschen belächelt teilweise vielleicht wenn man jetzt nicht so drin ist aber ich sage auch also ich bin im fotogame extrem drin auch ich habe eine riesen faszination für für lichter für schatten für winkel für einfach frames finden durch die natur zu fahren oder auch durch die stadt und mit mir kann man auch teilweise schwer spazieren gehen wenn man es eilig hat zumindest weil ich dann so stehen bleibe und denke boah geil so sightseeing mäßig die ganze zeit guck mal wie die sonne gegen die scheibe knallt und der schatten da drüben man sieht so sick aus und dann nehmen wir so ey wir müssen jetzt ja guck mal der schatten aber das ist halt important sowas zu sehen sowas mitzubekommen ja ich freue mich auch weil es so ein bisschen auch einen tag besser machen kann ja auf jeden fall weil das so ein bisschen so ich wollte also aufnahmestand heute ich wollte nächste woche in die sächsische schweiz mal fahren einfach mal so ein bisschen rauskommen wieder und bisschen wandern und da war ich auch schon tausend mal ich bin in der ecke dort geboren und aufgewachsen aber es ist einfach immer wieder schön gestern auf arbeit zum beispiel auch da war ich im sender und gestern gab es richtig richtig geilen sunset so und ich stand dann da bei uns in der redaktion und guck so mein kollege hat mich vollkommen für bescheuert gehalten und ich habe gesagt ey sorry ich bin halt ein übelster sunset boy die sonne geht so schön unter so safe aber ich liebe sowas und ich finde es halt auch voll wichtig so ein auge dafür zu haben ja auf jeden fall ist ja dann auch gerade bei bei youtube irgendwie es fällt vielleicht einzeln nie auf oder den zuschauern irgendwie wenn du da die tausendfach detail versessen gedanken hast ja das ist ja das ding aber es fällt auf wenn irgendwann wenn es nicht da ist 1000 details irgendwie fehlen ist wirkt es irgendwie unrunde oder wie siehst du das ja das ist genau das was halt ein künstler versucht zu schaffen ein jemand unterbewusst zu catchen ohne dass das wirklich checkt so egal was du machst egal was du create ist so du hast immer dieses ticken passion da drin dieses ticken aufopferung weil du mehr bringst als alle anderen du du nimmst deine zeit du nimmst deinen alltag alles schmeißt du weg damit du das eine fertig create ist und das merkst du dann auch wenn da wirklich richtig viel leidenschaft liebe drin steckt du catch die leute unterbewusst die die gucken sich das an die hören sich das an die wissen nicht warum sie es geil finden aber sie finden es geil so das ist ein das macht ein artist aus finde ich so das ist das was ein spezieller punkt ist den nicht viele künstler schaffen zu zu catchen weil es meistens um business geht oder um den film status und ich muss ja damit erfolgreich werden und dies und das aber kreaten künstlerisch sein ist machen einfach leben so dass das bist du einfach so und dann kommt dann auch kunst raus die musst du nicht bewerben du musst kein marketing machen sondern die kunst spricht für sich so du ballast es raus und verkauft sich und dann musst du deine kunst einfach nur machen um erfolgreich zu sein und dann läuft die geschichte ehrlich lebst auf der anderen seite wenn es halt nicht läuft können wir auch noch hinkommen später dann ist auch ein bisschen druck drauf genau dann natürlich die entscheidung trifft zu sagen und das ist was heute viele wollen creative einfach geld zu verdienen mit der art und weise wie sie halt als mensch sind wie sie ticken und dann klar wenn es dann alles davon bleibt oder weg bleibt dann ist es natürlich immer so ein bisschen die frage bohr inwiefern zeigt sich das dann auch negativ in der kreativität weil du einfach weniger kreativ bist weil du dann plötzlich musst dann musst du plötzlich und dann wird es halt beschissen aber anfangs um den bogen wieder zu spannen ihr musstet ja nicht also du hast es dann ja auch wirklich gesagt youtube zeiten angefangen und aus einer liebe heraus produziert weil wenn du anfängst du hast ja noch keine fanbase absolut nicht also wir haben damals für 20 30 leute youtube gemacht und haben die behandelt als wenn das 23 millionen so wir haben da richtig über jedes kommentar uns gefreut und dann auch mit den leuten kontakt gehalten und den darauf eingegangen was diese 20 30 leute so wollten mäßig macht mal so macht mal das und so und wir haben es direkt gemacht und fanden das richtig geil und das hat das hat motiviert dass leute diese kunst gepresiert haben so obwohl es noch ganz am anfang war so mäßig und das war der größte push den man überhaupt bekommen kann wenn du credits für deine kunst bekommst so und das ist halt was was ich meine was viele vergessen oder viele halt nicht richtig sehen so diese dass du diese credit zeit kriegst wenn du kunst machst und nicht dieses business oder dass du guckst dass das so und so viele leute sehen oder so und sonst darf so du musst das halt mit mit liebe künstlern sage ich immer und dann dann hast du eigentlich schon dann deine kunst am start so dann brauchst du dir keine sorgen machen dass das irgendwie nicht erfolgreich wird oder so es wird dann erfolgreich auf jeden fall und wurde bei euch auch ja wir haben dann eine zeit lang also nach dem zweiten jahr glaube ich war das so da haben wir angefangen mit musik also den content haben wir ein bisschen geändert da haben wir musikreactions gemacht und haben immer neue hip hop wieder vorgestellt und generell über musik geredet und das war dann so der leichte durchbruch also wir hatten dann teilweise 60 70 tausend abonnenten so gehabt also es war jetzt noch nicht krass viel aber zwar so der anfang wo es los ging und dann hatten wir auch ein paar 1 also wurden auch teilweise eingeladen von video days zum beispiel falls ihr das was sagt war mir einmal gewesen und da wusste man schon okay die die jungs die machen was die sind da mal gucken was daraus wird und da kann man diese eine punkt wo wo dann dieses artikel 13 kam und genau dieser absprung vor dem film werden sage ich mal haben wir dann halt aufgehört damit und erstmals gelassen so das heißt ja quasi habt dann entsprechend auch immer die clips gespielt und tracks und so und das ging dann nicht mehr weil ja dann durfte man das nicht mehr also die wie gesagt unsere besten videos wo wir halt über die neuesten alben zum beispiel geredet haben die vorgestellt haben und einfach so so hip hop content gebracht haben es wurde alles gelöscht weil dann hieß keine rechte an den videos an den musiktiteln und alles wurde gesperrt so weil du halt einfach keine rechte hattest an der musik so muss es halt erstmal die rechte einkaufen für jeden einzelnen song den du irgendwie mal ein bisschen spielst oder so und das das kannst du dir nicht leisten so als sage ich mal kleiner youtuber so mäßig und damals wusste man auch noch gar nicht wie das jetzt alles geht und was wie man das alles macht und alles und da haben sich sowieso viel herausgehalten und dann die youtube musik benutzt und dann generell weniger über musik oder nsc releases oder soja schein gibt es gibt so songs die kennt jeder aus irgendwelchen keine ahnung früher was hast du als konsument so geguckt bei youtube oder was immer nur produzent als ich weiß noch ich habe ich bin auch extrem viel natürlich konsument von social media ich versuche es immer joblich bisschen schon extrem zu nutzen also um up to date zu sein in der sportwelt einfach alles irgendwie aufzusaugen oder auf youtube da irgendwie auch beim ist ganz schlimme angewohnheit beim essen zum beispiel also ich versuche inzwischen als kann man auch so und so sehen halt jede minute zu nutzen einerseits weil ich es geil finde und weil ich mir das gerne gebe andererseits weil ich sage ich brauche den inhalt halt auch für mich wie ist es bei dir wenn du auch konsumierst du auch oder bist du nur also ich konnte mir auch youtube aber bei mir ist mehr so tutorials so ja also egal was es ist so ich gucke mir das bei youtube an und lerne das dann selber so so war das auch mit dem tätowieren das habe ich dann alles so über youtube gelernt und so und ist alles selbst angeeignet so du hast tätowierer über youtube gelernt sozusagen ja kann man sagen also ich kannte einen kollegen der hat schon ein bisschen länger tätowiert aber der war jetzt nicht so motiviert mir das beizubringen der war nur so ja wenn ich zeit da kannst du mal vorbeikommen dann zeig ich mal was aber wir haben dann immer nur gechillt und gekifft so ja das ist das passiert aber meine interesse war halt immer da so und dann gibt es jetzt nicht weil es ja eh bald legal ja hallo wir leben halt im jahr 2022 also ich denke mal jeder hat schon mal sage ich mal gesmoked so das ist jetzt kein thema mehr denke ich mal und solange es kein heroin ist ist also okay also ja das war dann ein bisschen schwierig und dann hat es mich aber ein bisschen gestresst weil ich wollte halt immer tattoos haben so aber ich hatte nie das geld beziehungsweise schon aber ich bin halt ein absoluter geier wenn es so um selbst ja mir was einfach selbst holen so klamotten mäßig guck halt immer auf den preis oder bin ich ganz schlimm ja ich aber auch ich kann das nachvollziehen ja wo ich es erstmal wie bitte in dem ungesunden maße bei dir dass du schon sagst boah ja schon manchmal also ich habe manchmal so phasen wo ich mir denke so zwei drei euro für irgendwas ist mir dann doch schon zu krass und dann gucke ich nach cent so also ich wie gesagt phasen manchmal das bände ich ja da schmeiße ich die rex raus als smash rick ross oder so aber manchmal ist es wirklich krass da lebe ich so an der grenze so selbst und ja also das mit den tätowieren war dann so dass ich mir dachte so ja ich will tattoos komplett ich will mich zuhacken lassen so aber ich will dafür nicht bezahlen so dachte ich mir und hier in halle und umgebung sind halt die die auswahl an künstlern auch nicht so geil dass du sagst so der tätowierer da will ich hin so so mein style das was ich cool fand das das gibt es ja absolut nicht und deswegen dachte ich mir entweder du gibst tausende euros aus und fährst kilometerweit für ein zwei tattoos jedes mal und den artist wo du sagst ey man die treffen den stil genau genau da müsste ich halt nach italien und nach frankreich hätte ich dann gemusst so da waren so meine lieblings künstler so unterwegs beschreibt beschreibt man sieht das an den armen natürlich aber was 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 ist jetzt dein tattoo style wo du sagst findest du hier nicht oder also mein tattoo style ist manga anime cartoon stuff so auf einem authentischen level also dass du wirklich erkennst okay das ist aus der und der szene das ist aus denen dem anime und als würdest du sag ich mal ein screenshot machen und das hast du draufgepappt genau mit ein bisschen abänderungen vielleicht so form anpassend mäßig so das ist mein style halt und so meinst du so genau genau das ist mein style das finde ich cool und ich finde halt vor allem cool wenn der artist davon auch plan hat so von den anime mangas davon also also nicht nur gut stechen kann sondern entsprechend background wissen genau genau und auch von dem künstler der das der diesen manga zum beispiel created hat so dass der von seinem artstil plan hat weiß wie setzt er die linien wie macht er schattierung und alles sowas und das ist mir ganz ganz wichtig dass die authentizität da in dem tattoo noch mit drin steckt so von dem einen anime und so arbeite ich dann halt auch so und das war halt das was ich mir dann am anfang mit wirklich einer krassen synergie rein geballert habe so innerhalb von drei vier monaten war ich dann auch tätowierer so und selbst und habe dann leute tätowiert und also eigentlich ab dem punkt wo ich den ersten typ tätowiert habe habe ich jeden tag tätowiert bis heute also mit pausen natürlich mit urlaub und aber ansonsten war ich 24 7 wie hast du den ersten überzeugt von dir ich meine es ist auch ein vertrauensbeweis mal ganz ehrlich also ich habe ich treibe so ein bisschen ich habe sieben tutorials gesehen bei youtube und ich mache youtube gib mir den arm es war tatsächlich so mein bester freund mit dem ich auch youtube gemacht habe er hat mich halt der unterstützt mich hat bei jedem staff was ich mache und andersrum genauso wir pushen uns wo wir nur können so und bei ihm war das dann halt auch so er hat gesehen dass ich mir so ein paar sachen gemacht habe und er war gleich so hier hier mach mal was ich bin bereit dafür hast du selbst erst gestochen und das erste mal auf auf richtige haut und dann konnte man schon sehen okay bleibt alles drin abgehalten gut aus und dann war ready meinte so hier war dann immer hier den kleinen schlange hin habe ich dann gemacht und dadurch dass wir halt durch youtube und so noch so ein bisschen cloud hatten so ging das übelst durch die decke also wirklich über nacht war ich dann wirklich ausgebucht bis die nächsten wochen so und möchte dann ja bin dann von zu den leuten immer hingegangen weil ich hatte noch am anfang kein spot wo ich hacke und hatte noch so einen fetten koffer und bin dann durch ganz halle gecruise zu den leuten quasi und das hat dann geklappt am anfang war richtig nice so diese ganze connectivity und zwar noch mal so richtig neu so für mich halt auf so ein auf dieser basis zu connecten so und dadurch hat man jetzt auch mega viele kontakte geknöpft und möglichkeiten vor allen dingen auch was neues zu machen so es hat mir nur gutes gebracht bisher das ganze tätowieren ich merke schon also du redest auch man man merkt man einfach wenn leute für was brennen was sie machen und das ist ja dann auch immer ganz salopp mir ist es auch auch egal im gegenüber ob der deutschlands größtes bleischift museum hat oder so keine ahnung wenn ich das gefühl habe von bohr geil der erreicht mich dann will ich da unbedingt in dieses scheiß museum rein so und tätowieren youtube sind ja sachen auch die ich extrem cool finde also ich finde ich gucke mir supergern tattoos an ich habe es bis heute nicht hingeschafft irgendwo weil mein punkt den hast du vorhin ein bisschen durchklingen hast uns genau das zu sagen klar es bleibt ein leben lang und es sollte auch geil aussehen und ich habe auch so grundideen was ich haben möchte ich finde so zum beispiel so ich kenne jetzt den fachausdruck nicht aber so so minimotive voll nice die man quasi einfach so über den körper so packt quasi ne minimalismus ja genau minimalismus einfach die da halt wirklich so bedeutung haben für mich individuell was keiner checken muss und auch nicht unbedingt sehen muss weil wenn ich jetzt zum beispiel keine ahnung da mein lieblingszitat es besteht aus drei worten in latein acta non verba wenn ich das irgendwo drauf habe oder so reicht es ja für mich ja und das macht man ja für sich selbst es ist wie ist es bei den tattoos hat das alles eine bedeutung oder ist es auch einfach teilweise bohr kunst der kunst wegen oder also ich denke mal ich habe so angefangen wie alle anderen ersten erstmotive mit die bedeutung und das hat ja so und dieser kleine strich bedeutet ist und so und so so da ist man am anfang richtig schlimm so da muss alles eine bedeutung haben so aber wenn man sage ich mal sich immer mehr tätowiert und immer voller wird so dann ich glaube nach dem fünften sechsten tattoo machst du es dann einfach nur noch um lücken zu füllen damit es cool aussieht damit zum stil passt und so und ja also die meisten leute die sich sage ich mal zu fetzen lassen die da ist das größtenteil gar nicht mehr mit bedeutung klar haben viele leute so ganz große sachen wo dann so ein motiv oder so viel aber so ein riesenmotiv eine bedeutung hat so aber das ist halt gar nicht mein ding so ich bin halt so tausend sachen finde ich geil so dass du halt ganz viel zu zeigen hast und immer wieder was neues du bist auch bist auch voll nö noch nicht da das dauert noch ein bisschen das problem ist ich bin eine pussy so was das angeht so ich ich hasse schmerzen über alles und bei jedem einzelnen tattoo habe ich absolut rumgeheult echt jetzt ja ich kann das nicht ist es für mich zu krass aber du hast ja auch hier also man jetzt natürlich bei youtube am start sind oder bei tik tok natürlich auch gesicht face tat und ist augenbraue oben drüber oder hier so in der augenbrau also in der augenbrau und augenbrau hast du dich da vorher komplett weg geballert oder was also ich mein kopf war immer so wird schnell gehen dass wir eh nicht wehtun und dann tut es halt krass weh und dann halte ich dann aber aus aber du musst musst dabei sein dass ich habe wie es rumgeheult also alle leute die mich tätowiert haben wissen bescheid so ich habe immer einen film gemacht einen richtigen aufriss so richtig konnt nicht stillhalten so nett gegen mich wie ist denn so wenn wenn jemand zu dir kommt und er hat jetzt noch noch überhaupt kein tattoo wie läuft das denn ab also sagst du dem pass mal auf also die und die stelle als erstes würde ich nicht empfehlen oder wie ist denn so der ablauf dann also ich bei mir ist es immer so ich war ja ich war ja schon mal im tattoo studio habe mir das mal angeguckt mich beraten lassen und ich fand das persönlich immer sehr sehr unpersönlich dahin zu gehen und du kommst rein du sagst hallo und derjenige ist dann da schon am computer und sagt was willst du haben was willst du zeig mal so ein motto hier kalender ist voll und zahlen und para und das ist so für mich die art und weise wie du es auf jeden fall nicht machst du machst ein bisschen cash so aber zu merken die leute sich nicht deine arbeit dein stil deine person so und du bist einer von vielen so und bei mir ist so die leute kommen zu mir wir chillen erst mal wir quatschen ich will erst mal wissen wer bist du was machst du warum willst du ein tattoo und was bedeutet das für dich und was überhaupt deine mission so wenn ich das weiß so dann geh mir darauf ein was findest du cool was findest du nice und sowas halt auch wenn die meistens mit dem mit dem motiv schon kommen so meistens ist ja wenn du erst ein motiv hast und vor allem so 18 19 jahre alt bist dann da hast du nicht so plan was du so wirklich was kommt so was sind so die gängigsten motive zum beispiel das geburtsjahr in old english so das ist so der absolute renner das kann ich jeden monat machen so bestimmt auch ja so ein bisschen latein oder griechisch griechische zahlen so dieses oder ja römische zahlen dieses genau genau das mache ich wirklich täglich so oder irgendwelchen kleinen verlefants den eigentlich gar nicht sie ist so und das sind halt so diese ja so diese first attempts von leuten so die bock auf tattoos haben aber noch nicht ganz wissen so da bin ich immer sehr dann nehme ich mal ganz viel zeit für die um zu beraten und zu wissen ja und das ist halt das was was ich wichtig finde dass eine gewisse base aufzubauen ein draht aufzubauen auch teilweise freundschaft aufzubauen dass man sich halt auch weil man muss auch so sehen man die meisten kommen wir dann zu mir und chillen dann ja stundenlang mit mir wir sitzen da wir reden und das muss ja auch auf irgendeiner base passieren und wenn du dann da sitzt und du hast ja kein bock auf diesen typen oder ist ganze zeit still silence und sitzt einfach da und kriegst ein motiv und läufst wieder ab so das ist kein wiedererkennungswert kein memory effekt und ich finde vor allen dingen bei den ersten tattoos das muss so ein erlebnis sein das muss cool sein es muss nice sein es muss so das war so cool ich habe da so ein cooles motiv die gespräche waren geil und da gehe ich gerne noch mal hin einfach nur nicht unbedingt jetzt um tattoo abzuholen sondern einfach mal um mit dem zu quatschen so so dass die leute das so ein bedürfnis haben dann dann ist meine arbeit getan dann fühle ich mich auch gut damit und dann weiß ich auch da kommen ordentliche motive zustande die den nicht irgendwann in sechs sieben jahren dann gecovert werden müssen weil es dann doch nicht so der style war so also meistens so ich bringe die leute dazu das rauszubringen was sie eigentlich wirklich wollen obwohl sie es gar nicht wussten so ist es bei einer 18 19 jährigen bei einem 18 19 jährigen drin dass du schon das gefühl hast von boah weiß ich jetzt nicht ob du jetzt mit 25 immer noch sagst diese flöte auf dem oberschenkel die ist 100 prozent safe also ich hatte schon anfragen da dachte ich mir wirklich das weiß doch selber das muss doch selber wissen kannst du meinen kopf anstrengen und zum beispiel wenn pärchen zu mir kommen da brauche ich eigentlich nicht anfangen aber ich fange trotzdem an ich hätte sowieso gefragt also pärchen tattoos an sich ist okay aber wenn du dann den name deines partners weißt du oder so eine so eine geschichten so da bin ich so da da rede ich auch mal länger eine stunde oder zwei stunden auf die leute ein und versucht die wirklich klar zu machen dass das nicht cool ist von eine million leuten ist vielleicht ein pärchen dabei wo das klar geht wo man sagen kann macht ihr das tattoo auch hier hin das passt sie bleibt zusammen so auf jetzt sag ich dir was machen wieder beliebt ne aber ist einfach rein statistisch hat jeder deutsche 3,4 musste aufrunden vier partner pro lebenszyklus so das heißt ohne schwarz zu malen 75 von euch 75 prozent von euch da draußen gucken jetzt links neben sich ihr trennt euch ihr trennt euch sowieso deswegen ja pärchen tattoos wobei also zumindest der name selbst initialen finde ich schwierig das kannst du immer noch kitten eventuell wenn du viel glück hast in deinem leben so ne aber aber ich sag dir ehrlich das covern ist nicht geil covern ist nicht geil also generell vor allem wenn du so dicke schwarze motive hast und da was drüber cover muss dann damit es hässlich so und dann ist die garantie dass es auch wirklich geil wird nicht 100 prozent gewährleistet so hast du schon coverst du auch ich mache im prinzip alles was ist so das komplett bekloppteste an tattoos was du bisher gesehen hast ich habe eine erfahrung dies mir so dermaßen im kopf geblieben bin gespannt ob es in eine ähnliche richtung geht aber erst mal deine was hast du gesehen und gedacht was ist mit dir also das schlimmste also es sind ein paar mehr eigentlich aber das aller aller schlimmste was ich jemals gesehen habe for real und der kollege wird es wahrscheinlich sehen grüße gehen raus ein riesengroßes riesengroßes playboy bunny hat hier so und so richtig hässliche stochen verkackt zu tief und da eine blasse stelle versucht auszumalen versucht noch irgendwie so eine schattierung darum zu machen und so ein kack das war hart das war voll vernarbt das war voll ekelhaft und ich habe versucht es zu covern aber da müssen wir noch mal ran das wird glaube ich so eine schwarze brust werden so da geht nichts mehr das ganze vergessen oder auch so ein anderer kollege von mir also etwas älterer kollege war in irgendeinem hinterhof bei irgendeinem trophy hat sich da stechen lassen für 30 40 euro so auch so ein riesengroßes travel so voll verkackt und übel eklig und hören wir auf mit travel mann sagt man kann sagen seit wann sind travel ist out wenn ich gerade wikinger bist das ist der ist halt von alten schule so klar macht ein schreibe so jeden das seine aber dann wenigstens ordentlich so weißt du dass dann die kanten schön sind und ausgemalt und das war aber nicht so ein rotz dann also trott geknallt weil dann hast du schon so ein hässliches travel und dann ist das auch noch so hässlich getätowiert und damit damit kielst du mich selbst ich war das kann das war ich glaube das war stadtfest nee das war tag der sachsen in torgau ich lasse mich lügen das lasse 2018 gewesen sein und da war ich noch für energy sachsen dort und wir haben immer so spielchen gespielt mit sehr crowd halt mit den mit den leuten die schon da sind um die erst mal auch wenn es losgeht so ein stadtfest na da ist ja nicht sofort 1000 mann wand vor der bühne sondern die muss ja bisschen locken ja also giveaways raus geknallt und erdnissflips und sattelüberzüge ist scheißegal und halt immer so ein bisschen verpackt mit okay wir lockern das bisschen auf wer hat schon mal hier wer hat schon mal geklaut wer hat schon mal so ne bitte mal arm hoch und dann geht's los und dann hat eine moderatoren gesagt ey yo ich habe noch eine idee gibt es jemanden auf dem marktplatz hier schon deren intim tattoo hat da war ich so wie ey scheiße mann weil jetzt gehen die 6000 hände hoch weil es lustig finden so aber einer einer mit dem kollegen noch muss den bums ja auch kontrollieren muss weißt du okay und da hat sich ein typ gemeldet und der stand inmitten von so einer traube menschen also die family and friends keine ahnung und ja hier ich habe ein intimtattoo und wir so ganz stolz okay ja wirklich also richtig richtig okay wir so okay was hast du hast du irgendwie keine ahnung vielleicht einfach nur was kurz über dem über dem über dem schwanz gestochen oder so keine ahnung ich habe überlegt ob ich penis sage damit so könnte ich einfach schwanz weil dinge liegen tun wir mal nicht so erwachsen jetzt keine ahnung das ist witzig weil ich habe es vorhin schon gesagt auf cam nach dir kommt noch ein gast heute der ist bundestagsabgeordneter dann wird das hier ganz seriös was ein kontrast ja aber geht es nicht rein nein aber auch cooler typ und ich so komm zeig mir jetzt okay hast du jetzt irgendwie hier keiner was weiß ich ein spruch drüber gestochen gestochen einfach oder so nee der hatte ist kein scheiß ein drachen ein drachen pass auf ein drachen von hinten gestochen und sein schwanz war der schwanz des drachens so also so ja quasi so richtig eingebaut ne also so richtig eingebaut und okay ich hatte in dem moment einfach so viele fragen ja ich habe auch gerade ein paar im kopf ja genau so ne und du bist dann halt so die erste frage ist warum ja und dann war die freundin daneben die hat sogar eine freundin ja mann ja ey so weißt du so und die frage ist so ich muss einfach fragen ne ihr habt jetzt euer erstes date gehabt und es läuft gut oder beim zweiten date beim dritten date whatever und beide wissen jo wird schon passieren jetzt ne ja irgendwann packst du den ja aus und dann legst du ihn halt auf den tisch ne so so und dann ist halt so okay den drachen ey komm ich mach meinen drachen raus jetzt hier ne ich sag dir mal einen richtigen drachen weißt du ja ist echt so ein axolotl oder so keine Ahnung ich so wie wie habt ihr das geklärt vorher ne ja ist so ja weil ich kann mir so vorstellen du als freundin keine Ahnung du du arbeitest dich so ein bisschen nach unten und na beide voll spitz aufeinander und so und dann guck dich so ein Lorch an das ist doch ey Junge und dann hat er gesagt ne das hab ich sofort beim ersten date schon gesagt wo ich dachte euer habt da eine Chemie gehabt oder beim ersten date zu sagen übrigens nur falls du das hier nochmal also wenn wir uns wiedersehen ich hab schon so ein Tattoo auf dem Schwanz ne ja da bist du ja wirklich ganz anders unterwegs aber jetzt mal anders hast du hast du es abgecheckt hast du dir das angeguckt richtig in den Augen und ja ja musste ich ja jetzt mal ohne Schein jetzt wirklich keine Finger gekreuzt da hat er so richtig rausgelegt und sagt ja das ist er ne jetzt nicht so es war natürlich Tag noch so ne aber ja das ist er stell mir das einfach nur so weird vor auf den Tränen gebackt das Ding nein wir haben natürlich am Mikrofon das ganze begleitet also wir haben den dann in der Ecke gestellt so an dem Rand von dem Festplatz und gesagt ey jetzt musst du sorry du musst jetzt nicht bis zum Finale aber zeig uns den Drachen und vielleicht so ne den ersten Ansatz und haben gesagt okay wir glauben dir das weil du guckst dir so ein Drache an der war ja auch dann noch farbig gestochen also nicht so weißt du ne nicht so schwarz oder irgendwie nur sondern ne auch noch wirklich grün also im Prinzip wenn ihr Eltern dabei sind eure Kinder können nie wieder Tabaluga gucken ohne dass ihr dran denkt ohne Scheiß wie ein Schwengel so was ist das für ein so Moos ja das war keine Ahnung und ne ja aber die von denen fand es auch geil die fand es geil deswegen ey ich hoffe ihr beiden stecht euch ein Partner-Tattoo weil ihr passt zusammen die brauchen eine Höhle noch ohne Scheiß oder im Berg oder so out of order der Typ scheiße aber was ich mich frage ist so wie der Tätowierer so wie wie ist er da rangegangen so wie also ich weiß hast du schon mal also allgemein ne das ist jetzt vielleicht ein bisschen off topic aber gut ja mit dazu und wir haben die Zeit also das sieht ja auch anders aus wenn das Ding irrigiert ist und wenn es nicht irrigiert ist stichst du so wie stichst du einen Penis also ich denke mal unirrigiert weil ich glaube mit diesen Schmerzen kannst du da steht er auf keinsten safe nicht wenn dann geht er sogar rein so safe aber das ist halt so weich und das ist schwer auf jeden Fall da ordentlich zu tätowieren safe also kann ich mir nur so vorstellen also dann musst du dich ja theoretisch auch wirklich vollkommen ausknipsen gute Launetabletten rein vorher die du nimmst wenn du hier vorher keine Ahnung oder Weisheitszahn OP oder so also ich stelle mir das hart vor weil ich tätowiere ja ungefähr so nah an meinem Material also ich muss da wirklich so da dran und wenn ich jetzt so ein Pipi tätowieren würde dann hätte ich dann halt hier im Gesicht also ich glaube nee das wäre nicht so meins glaube ich und das und das halt über Stunden ja das musst du dir auch geben so das hast du ja nicht nur 10 Minuten dann im Gesicht sondern Stunden lass so safe bis das Ding halt fertig ist so ja bis das Ding halt im Wasser wo das fertig ist also das ist ja also keine Ahnung jedenfalls das war so eine Sache wo ich mir dachte okay Props das war so live das was ich bisher so gesehen hatte wo ich dachte crazy aber sonst ist mir jetzt nicht so aber so eine Anfrage oder so hatte ich auch bisher auch noch nicht gehabt so dass jemand sagt komm ich will jetzt hier dass du mir mal meinen Ranzen voll knallst so mit irgendwas coolem so mäßig so was war so bisher so die ich meine ist ja sowieso anonym so die Anfrage wo du sagst boah ey die du ausreden konntest was wollte mal jemand haben außer so Pärchen Tattoos also sobald es halt zu intim wird sage ich dann halt meistens auch nein zum Beispiel bei Frauen die Brust zum Beispiel da bin ich ungern unterwegs oder wenn es seit Innenseite Innschenkel geht Hintern alles auf dem Po so bin ich dann auch so ein bisschen deswegen habe ich auch eine Kollegin am Start achso weil du sagst als Mann machst du es einfach nicht oder jetzt einfach weil du sagst es muss frei bleiben einfach ästhetisch also ich finde so habe ich da nichts zu suchen als Mann sage ich mal auch wenn die Kunden das nicht stört so ich finde das nee das mache ich nicht gerne also das ist mir zu intim so deswegen habe ich eine Kollegin die macht das dann also bei Männern juckt mich das nicht so da ist mir das egal so das ist ja diese Mannbasis so aber deswegen hat man ja sage ich mal auch Tätowiererinnen die sich dann um sowas kümmern können und ich habe halt auch von anderen Kollegen so öfters mal so ein paar Geschichten gehört und ein paar Storys dass dann Frauen halt ein bisschen was versucht haben und dann nicht damit klarkommen sind dass man dann sagt so nee so nicht so und dann kamen dann irgendwelche Geschichten zustande von wegen da wurde angefasst oder da wurde das und das gemacht und was aber nicht gestimmt hatte einfach nur weil da stolz verletzt wurde so und das ist in dem Business ganz ganz gefährlich da muss man echt weil das ist ein körpernaher Beruf und viele viele Motive stellen sind halt so dann bist du halt quasi nackt so und viele sehen darin halt auch so eine kleine Chance oder stehen da drauf ich weiß nicht habe ich auf jeden Fall auch schon teilweise gehabt aber war zum Glück immer alles cool konnte man respektvoll sagen hey pass auf so nicht so ich mache das seriös und ich möchte es auch gerne so beibehalten und das ist nicht mein Ding und dann war da auch Verständnis da und so sorry und dies und das und wir reden ja immer nur von den Extremen sag ich mal das muss ja auch natürlich das merkt du schon wenn jemand da so wirklich nicht ganz sauber im Kopf ist und dass ich denke ja ich bezahle anders oder so das checkst du beim chatten so dann weiß ich schon wurde das schon mal so offenbart auch so ehrlich offen so ich bezahle anders also die Frage kam halt schon öfter so dass man sagt so ja ich kann auch anders bezahlen und so ne dann sagst du nie noch Karte ne nur Cash so also hast du kein Cash dann hast du Cash so es geht nicht es ist krass weil ich will das Thema jetzt nicht so groß aufmachen aber gleiches Stadtfest Thorgau war wild wie du merkst also wirklich 2018 Thorgau war wirklich wild und da war ich dann so abends wo dann auch die Chiantan aufgelegt hat die Crowd war da und es war extrem viel los vor der Stage und dann bin ich so ein bisschen rum hab auch so ein paar Bilder gemacht quasi ne von den Leuten dort und für den Sender und so und halt immer du kennst das enge Crowd du willst irgendwie durchkommen man kennt von Festivals immer die armen Fotografen und und Artists Artists die dann so durchgehen halt nach dem Motto guck mal ich arbeite hier bitte mal durchlassen und ich stand dann so von der Traube Mädels und genau das gleiche so ich müsste jetzt mal durch hier weil man dreht sich halt um und so Hand auf die Brust gelegt so und Hand runter 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 bis aber wirklich also genau da wo es eigentlich spätestens Stopp sein sollte genau da auf den Drachen drauf bei mir und so Griecher Drachenjäger unterwegs Griecher Drachenhunter also Shit gibt es ja diese Killer die haben die Drachenzähne leicht gemacht so stopp jetzt Griecher Pro und ja war dann halt so ich so ey ne und dann war so ja immer dieses immer dieses wie gesagt es sind nur Extreme und Ausnahmen einfach nur auf dem Niveau passiert aber das reicht und dann so halt so in den Schritt so die Hand reingelegt und bei mir sie bei mir und ich war so wie die war 18 19 also das war schon das erste Problem wo ich dachte boah sexuelle Sort hoffentlich ist die ist die zumindest mal erwachsen weil sonst kann die das noch in eine ganz andere Richtung drehen und hat gesagt hier stopp jetzt mal aber richtig so das Ding ist aber folgendes du du korbst die in dem Moment ich hab gesagt ey pass auf ich bin hier arbeiten und nein und ja meine Freundin finde dich ganz süß ja immer die Freundin keine Ahnung ne spitz nichts ab so ich bin vergeben voll gelogen scheißegal aber alles schon gemacht und hast du halt 5 Mädels zum rumstehen die dann übelst Hals auf dich schieben so und ich hab das erst Tage später meinem Chef gesagt und auch der Security dann erst am Ende des Abends wo schon abgebaut worden ist meinem Chef paar Tage später weil das Ding ist halt um Gottes Willen das ist überhaupt nicht pauschalierend gemeint aber es gibt eben Fälle wenige aber die gibt es wo es halt gedreht wird und ich dachte mir so wenn ich jetzt zu der Security gehe und sage hier da ist ein kleines zierliches Mädel die hat mich begrapscht und sexuell genötigt im Fachstarkon keine Ahnung die gehen hin und dann sagen 5 Mädels gleichzeitig ja die hat die angemacht und sie hat die angegrapscht und ich stehe da wie schon alleine wenn nur das eine Mädels gewesen wäre glaubt dir das keiner und dann stehst du da und sie drückt eventuell auf die Drehendrüse um Gottes Willen aber kann ja sein kam schon alles vor es gibt schon alles diese Stories es gibt bei beiden Geschlechtern oder bei allen Geschlechtern die es gibt asoziale scheiß Menschen vom Verhalten her und du stehst da und dann erkläre doch mal ja nee die hat mich ja komm schon so das ist halt das was ich meine das ist ganz gefährlich so vor allen Dingen wenn du wie gesagt als Mann einen körpernahen Beruf hast und mit jüngeren Leuten ich habe fast nur mit 18-19-jährigen Leuten zu tun und wie gesagt auch Hünge gibt es auch mal also anschreiben ja also die fragen dann halt an so mit Mutti-Zettel geht das klar und so dies das aber ich zum Beispiel mache das generell wenn ich eine Mädel als Kundin habe sage ich sofort du kommst bitte mit Begleitung oder ich habe halt eine Begleitung da so wenn ich weiß okay die kriegt es nicht hin keine Ahnung wegen Zeitmanagement oder so muss es halt einfach alleine machen dann weiß ich okay ich hole mir safe noch auch Verstärkung entweder hole ich meine Kollegin oder meinen besten Freund oder so dass dann halt wirklich jemand da ist und dass nicht irgendwas passieren kann so weil wie gesagt in beiden genau und das ist auch dumm wie das klingt aber das ist ja auch ein ernstes Thema dass auch ein Zeuge da ist eine Zeugin so dumm wie das klingt aber das ist einfach wichtig das ist ultra wichtig finde ich so dass vor allen Dingen wie gesagt bei solchen Berufen und ich habe halt oft auch den Fall gehabt dass ich dann ich arbeite auch nachts und abends so mir ist das egal ich habe da jetzt keine Öffnungszeiten oder so und dann ist es schon mal vorgekommen dass dann wirklich so eine 18-jährige kleine Süße dann nachts 22 Uhr bei irgendeinem Tätowierer sitzt weißt du was ich meine und da dachte ich mir damals schon so da war ich noch sehr am Anfang habe das noch nicht so krass offiziell gemacht das heißt von einem Freund von einem Freund hatte mal empfohlen bei dem Typen kann es sich hacken lassen schon mal vorbei genau und da war ich halt immer so dass ich dann gesagt habe Mädchen was machst du da so hast du keine hast du nicht ein bisschen Verstand so das könnte nach hinten losgehen es könnte ich könnte irgendeiner sein ich könnte jetzt die Tür zu schließen und mein Ding machen so so und keiner könnte dir helfen oder keine Ahnung so und das verstehe ich halt nicht so was dann wie man dann so einfach machen kann so weißt du und dann im Endeffekt dann sagen kann ja das war voll scheiße da ist das und das passiert wie konnte das passieren wie 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 so konnte das passieren so und auf der anderen Seite ist das ja auch ein Kompliment sag ich mal immer und eine Wertschätzung und ein die ja auch dieses professionelle geben natürlich das war kein Deutsch scheißegal versteht was du meinst wir sind jetzt drin warte guck mal ey wir sind jetzt 45 Minuten drin das ist das erste Mal nicht Deutsch das ist voll in Ordnung das ist voll in Ordnung na aber das ist ja genau das Ding also wenn du dann ich ich habe auch viele Freundinnen und wo noch nie irgendwas passiert ist und ich bin jemand zum Beispiel ich alle die das jetzt hören oder sehen und die mich kennen Pflichten nebenbei bin ich überzeugt davon ich habe früher Runden gedreht nach Partys weil ich immer nüchtern war ich trinke extremst wenig inzwischen nicht mehr gar nichts das kann ich nicht mehr sagen das wäre inzwischen gelogen ich trinke schon ab und zu gerne mal ein Glas Wein oder so also dann aber auch wirklich geschmacklich also um an sagen ja absolut und damit meine ich wirklich einmal im Monat oder so oder noch selten ja safe aber früher gar nichts getrunken und ich habe alle immer nach Hause gefahren dann habe ich ja natürlich kann man sagen boah ey ganz schön so nice guy mäßig da rumge rumgecruised immer durch die Stadt und dann noch alle nach Hause gekutscht ja ganz ehrlich nie aus dem Hintergedanken heraus nach dem Motto ich muss mich irgendwo einkratzen sondern wirklich immer weil ich dachte nee Alter ich habe keinen Bock dann hier irgendwo bin ich der letzte Typ der dann sie gesehen hat und dann wäre ich gefragt mit jo weißt du wo sie dann hin ist und was ist passiert und scheiße man ist was passiert safe und da reicht mir halt immer so ein Beispiel pro Jahr oder so wenn ich das irgendwie gesagt bekomme ja schwierig und Paddy wärst du mal da gewesen wo ich bedenke genau deswegen und auf der anderen Seite ja es ist ja auch irgendwo schön es ist dass dass man immer noch die Möglichkeit für sich selbst sieht zu sagen ich gehe nachts allein zum Tätowierer oder alleine raus weil ich habe keine Angst das ist ja eigentlich auch super es geht doch nicht darum dass du draußen rumrennst und denkst ach scheiße es ist Winter jetzt übrigens es ist 16.30 Uhr dunkel ja leck mich am Arsch ich muss zu Hause bleiben ja eigentlich schon hast du schon recht so aber das ist halt das Ding wenn man die Szene kennt die Tattooszene und die ist halt so diese ganzen Vorurteile die kommen nicht von irgendwo es gibt Tätowierer die sind so oder so oder die kommen vom Knast so die Tätowieren nur Knastis und so und das ist halt so das gibt es halt und das kann man halt nie wissen weißt du weil du weißt ja selber wenn du jemanden kennenlernst als ob er dir direkt sagt so ja ich bin Triebdater so ich fasse dich dann an so weißt du was ich meine wie gehen sie jetzt gerade der Titel der Folge gewesen Patrick muss so gut ja so weißt du was ich meine nein oh Gott ja wir lachen drüber ja das ist halt so gerade diese Leute sind perfekte Schauspieler und die können dich so dolle verarschen du denkst das ist der Liebste der Tollste der Netteste und dann bist du am Arsch weißt du weil sie es perfektioniert haben in Teilen ja genau und das ist ja halt teilweise auch was auch scheiße ist weil natürlich ich denke mir immer so weiß nicht wie es dir geht du hörst solche Storys und dann denkst du dir so Bro Alter in meinem Umfeld überhaupt die sind nur seriöse Menschen ja safe und dann gehörst du halt zu dieser Szene ja wo sowas vorkommt und dann heißt es boah ich weiß nicht ob der so ist oder so wie gesagt bei mir war das halt noch nicht so der Fall dass die Leute so ein bisschen Angst hatten oder so aber ich will das von den Leuten dass die ein bisschen vorsichtiger sind gerade wenn die so in diese Szene unterwegs sind tätowierer und einer der so in irgendeiner Bude irgendwo tätowiert von da und da äh einen Tipp bekommen und so also das ist so ein Tipp den ich eigentlich generell gebe so wenn man sich tätowieren lässt so dann recherchiere quatsch mit den Tätowierern und versuche eine Base mit deinem Tätowierer aufzubauen bevor du dich da hinlegst und dich hacken lässt so ganz wichtig so finde ich persönlich weil das erstens geht es darum dass das für immer in der Haut bleibt ist ja sowieso so ein Ding zweitens geht es halt um das Ding was der Typ macht so weil ich hatte zum Beispiel die ersten Facetats in meinem Gesicht so auch schattet an meinen Bro der war halt mega auf Droge wo er mich getätet hat und ich wusste das am Anfang nicht ich hab den erst so kennengelernt und so und ich dachte seriöser Typ so der Tätowierer klar ist der Fähig im Kopf und macht da keine Scheiße und das erste Mal wo wir dann gechillt haben hat er dann halt übelstens Stuff gesmoked so und also so ich weiß gar nicht mehr was das war irgendwas was ich auf jeden Fall noch nie gesehen habe und was mega gestunken hat und übelst gequalmt und der war auf jeden Fall dann oh jetzt können wir loslegen let's go und du bist so ey Bro jetzt können wir auch nicht loslegen aber davor war der so ey ich muss mal noch kurz was rauchen und der war richtig richtig on edge ja scheiße und du hängst halt auch dort drin dann denkst du dir so fuck alter aber da war es noch nicht so dass ich mir dachte okay der könnte jetzt verkacken oder so war ich überhaupt nicht in diesem Mindset und so ich meine ja okay der hat es jetzt auch nicht krass verkackt oder so im meisten sagen habe ich nachgestochen um das nochmal aufzubessern so aber im Gesicht selbst gestochen genau der hatte mir hier sowas gemacht ja Empath Empathy da war er auch richtig dicht richtig dicht so und das da war so das erste wo ich dachte okay naja ist ja nur Schrift das kriegt er schon hin so und hat er zum Glück nicht verkackt so und dann hier so ein paar Sachen und dann halt so ein paar Sachen im Gesicht halt so und ja war ganz schwierig und dann dachte ich mir schon okay wenn wenn ich jetzt tätowiere so dann auf jeden Fall immer sauber und seriös auf jeden Fall so dass die Leute hundertprozent sich fallen lassen können ich meine du willst ja auch sorry aber du willst ja auch nicht die Zielgruppe haben im Endeffekt die dann selbst so vielleicht ein bisschen am abdriften ist auf jeden Fall hundertprozent du bist ein seriöses Business und so und du willst davon leben und willst auch du machst ja noch viel anderes du bist ja einfach creative aber hast du einmal Scheiße am Schuh hast halt dann so das ist halt auch so ein Ding in dem Beruf dein Ruf ist so krass wichtig dein Ruf definiert dein Einkommen so kann man schon sagen so und zum Beispiel wenn du einen Kackruf hast dann hast du Kunden die haben kein Geld die sind so die wollen irgendein Schwachsinn was gar nicht dein Style ist und die sind mit jeden Scheiß zufrieden was du da tätowierst und das ist halt einfach kein Business dann dann kannst du kein Geld verdienen ordentlich sondern dann hast du wirklich nur mit Leuten zu tun die Probleme machen so und das ist halt ganz schwer da wieder rauszukommen was ich mich frage so ein bisschen und das hat auch was mit deinen Tattoos zu tun aber auch mit YouTube und fass das alles so ein bisschen zusammen also einerseits YouTube Größe du hast gesagt es war auf einem guten Niveau ihr wurdet erkannt wenn ihr unterwegs wart also mehr außerhalb also in Halle fast nicht weil hier gibt es keine Supporter hier wird nicht supported in Halle wenn wir in Berlin waren ganz schlimm schon am Bahnhof kommst du an ey ihr seid doch die können wir Fotos machen Alexander platzt mal immer immer was los so safe ja und das geiler Satz weil Kid Cudi da kommt Patrick immer an und wirft mir den Spruch so hin und ich finde den den Spruch überragend gut oder diese diese Story dahinter einfach ne dass Kid Cudi als sie angefangen hat mit Rappen und und mit Mucke machen so das ging los von Highschool zu Highschool ringsrum und alle haben den gefeiert und guck mal da auf der und der Schule ist jemand der macht voll nice Mucke so und der kann was der 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 schiebt mich an der eigenen Schule null der wurde null supported an der eigenen Schule und das ist so weil die dich kennen die kennen dich genau die Leute kennen mich und das ist jetzt Gottes Willen kein Disrespect gegen Freunde gegen Familie gar nicht also ich fühle mich extrem unterstützt so aber es ist genau dass dieses eigene Umfeld was dich so erlebt im Prozess des Werdens zu dem was du werden möchtest ist meistens meistens ruhiger und nicht so offensive wenn es um Support geht vor allen Dingen wenn es um Support geht dann musst du richtig sagen kannst du mal bitte machst du mal bitte so einen auf den so du wirst von alleine nichts supportet obwohl es deine Homies sind obwohl es deine Leute sind mit denen du chillst und die dich kennen so und das ist halt das Ding so wenn du in deiner eigenen City ist die Selbstverständlichkeit zu krass so und vor allen Dingen wenn du gerade am Anfang bist durch diese Selbstverständlichkeit auch wenn die dich feiern auch wenn es deine Homies sind die denken sich unterbewusst was denkt der wer der ist so was denkt der was der da macht so denkt der jetzt wirklich der kann jetzt sich einfach verpissen und sein Ding machen und dann auf einmal erfolgreich und kannst du vergessen so also vor allen Dingen wenn du hier bist so hier ist ganz schlimm weil wenn hier einer was cooles macht dann sind da alle so ha verpiss dich damit das kannst du knicken Digga geh mal wieder normal arbeiten wie wir alle anderen auch so das kannst du knicken dass du hier und deinen Latz machst so das ist ganz schlimm vor allem wenn du halt ich meine wir sind in so einer Bubble drin sag ich mal creative und kreativ und viel machen mit einfach mit den Gegebenheiten ringsrum und irgendwas erschaffen in welcher Form auch immer viel aber auch nicht und das ist auch in Ordnung dafür sind die dann in anderen Sachen drin wo ich dann da stehe und mich frage krass was machst du oder damit verdient man Geld oder krass oder okay wow noch nie gehört juckt mich null aber ey wenn das seine Passion ist voll geil aber du sagst es halt es gibt eben auch die andere Seite wie war denn das bei YouTube wenn du es würde ja auch Hate gegeben haben weil der kommt immer wenn er kommt dann hast du ja den Erfolg genau also richtig auch so was auch ein Satz von Patrick oder den ich total geil fand es ist tausendfach geiler dich hassen 50% wirklich dich hassen 50% und die anderen 50% die lieben dich als dass 90% sagen der ist ganz okay weil ganz okay ist scheiße langweilig ganz okay ist scheiße langweilig hält sich nicht bleibt nicht bleibt nicht sofort wenn du aufhörst bist du auch weg ja genau kommst nie wieder und das juckt auch nicht weil keine Emotion entfacht wird safe wie bist du damit umgegangen mit diesem Hate als es dann losging oder wie nimmst du sowas wahr auch vielleicht heute mit dem was du creative machst mit den Leuten wenn du sagst ich meine du modelst kommen wir auch noch hin dazu ey jetzt ist er plötzlich ein Model steht vor der Kamera der hat doch gerade noch tätowiert der hat YouTube gemacht früher also ich mache auch viel Musik Musik machst du auch noch also jetzt macht er das nächste wieder jetzt sitzt er in dem Podcast rum was denkt er wer da ist so also ich bin generell mit Hate super entspannt ich liebe Hate muss ich ehrlich so sagen Hater-Kommentare finde ich absolut geil lustig und damals zum Beispiel wo die ersten Hater kamen das war so ein Video das ging viral und da waren richtig viele lustige kreative Hater-Kommentare so wo die Leute sich richtig was einfallen lassen haben um uns zu flamen so und wir haben halt wirklich wir saßen da abends das weiß ich noch so jeder ein Bierchen in der Hand wir haben so gechillt am Wochenende und haben uns wirklich die ganzen Kommentare durchgelesen und haben uns weggeschmissen dabei also das war richtig funny richtig lustig und wir waren so richtig so ja man es läuft es geht los wir machen da gerade was krasses die Leute die drehen ab man die supporten uns die Hater supporten uns weil die unseren Scheiß teilen es triggert eine Emotion und das ist das Ding es triggert eine Emotion und ich fand damals habe ich gemerkt Hater-Support ist viel viel krasser als dieser Lover-Support weil Hater-Support ist so die Leute die fangen an zu labern die fangen an zu haten und die gehen dann zu denen und sagen ey hast du das Video gesehen guck mal hier so ein Spaß und zeigen deine Videos weißt du die schicken rum die machen das viel intensiver viel energischer wenn die das hassen weil die da voll drauf sind so und die ganze Zeit so boah nee da muss ich jetzt meinen Senf reinballern so das muss jetzt das muss jetzt sein und so und da fand ich so wo diese Hater-Phase losging dann ging es richtig aus was war das so für ein Video was hat ihr da gemacht da waren wir mit ein paar Jungs so das war so wir haben da auf was haben wir reacted wir haben irgendwie so ein Reaction-Video das war nur so just for fun so weil wir hatten gerade kein Content so krass deswegen haben wir ein paar Kumpels von uns zusammen gesammelt alle so halfkast wie ich und haben uns dann da hingesetzt und auf damals noch Musical.ly glaube ich war das haben wir da auf so ein Stuff halt reacted so auf irgendwelche Mädels und so und haben uns da halt übelst daneben benommen die ganze Zeit und voll die Faxen gemacht und alles ich kenne die Videos glaube ich also ich weiß so ein bisschen so in welche Richtung es geht das ging so ab weil ein paar von uns dann noch so voll einen auf arrogant gemacht haben so getan als wären die voll voll die krassen Jungs das ganze Zeit so geflext und einer auf denen so halt voll übertrieben voll überspitzt und das hat halt eine übelst krasse Hatewelle ins Rollen gebracht dass dann sich voll viele provoziert gefühlt haben wie was denkt denn ihr wer ihr seid jetzt denkt ihr auch immer die krassesten ihr seid voll die Spast und das war geil Mann das war übelst geil in meiner TikTok-Bubble genauso gibt es ein Duo Good Bro Bad Bro heißen die die machen kein deren Instagram ist relativ dünn echt nicht cool die haben zwölf Podcast-Folgen online und auch als Vidcast bei YouTube wo es um Dating geht wo es um Dating geht aber jetzt nicht im Sinne von so einem romantischen Hollywood Standpunkt aus sondern so ein bisschen wirklich auch evolutionsbiologisch so Geschlechterdynamiken einfach wie sie auch psychologisch funktionieren was natürlich gegen das romantische Bild von vielen so ein bisschen knallt und stößt und die haben das so überragend gemacht genau halt mit TikTok die haben aus jeder Folge so die die haben auch teilweise Dating-Coachinnen zu Gast sag ich mal also weibliche Coaches die das auch alles bestätigen was die sagen und das sind keine Typen in meiner Wahrnehmung bitte selbst in meinem Bild natürlich die da irgendwie Anti-Feministe und Frauenhasserisch rumprüllen einfach sondern einfach wissenschaftlich und das missfällt manchen halt einfach ein bisschen und ja weil es dann halt weißt es um Fakten geht die keiner hören will ja genau wenn es um die Psyche geht und nach dem Motto ja und boah warum finde ich den so geil wenn der mich wie scheiße behandelt oder wenn der mich ignoriert ja das sind einfach psychologische Phänomene oder Effekte Coolidge-Effekte finde ich zum Beispiel nicht lustig aber dieses diese einfach evolutionsbiologische Effekt kurz vielleicht so als Einschub Coolidge-Effekt ist kann man streiten ob es auf Menschen übertragbar ist bei Tieren wurde es getestet dass die Libido auch hormonell messbar sinkt bei einem Männchen wenn es bei einem Ratten getestet unter anderem wenn es immer wieder 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 im Käfig ist mit dem gleichen Weibchen so und um das auszuschließen haben sie geschaut okay was ist wenn du quasi jetzt vielleicht ist das Männchen einfach auch irgendwie komisch hormonell am Arsch so keine Ahnung aber das messbare Libido-Level und hormonelle Level an Geilheit bei dieser Ratte steigt wieder sobald du auf das Ursprungsniveau sobald du ein anderes Weibchen reinlegst so und das ist dieser Gewöhneffekt an den sexuellen Reiz des Partners der Partnerin sozusagen ganz grob runtergebrochen ja das denke ich mir nicht aus das kann man googeln wie gesagt ob das auf Menschen übertragbar ist immer noch ein bisschen weil wir haben ja auch einen Verstand die Ratte jetzt nicht oder anderen Verstand genau einfach mal als These in den Raum gestellt und sowas habe ich da auch zum Beispiel mal eine Folge drüber gemacht da gab es auch da gab es Post auf jeden Fall Leute wollen es nicht hören und die machen das halt perfekt weil die knippeln das raus bei TikTok und in dem Kommentar fällt boah das ist das ist das ist und die die lachen sich in den Schlaf weil genau dann alle rüber gehen zu YouTube und dort reinklicken und was hat er gesagt und boah ne krass und dann finden die die Stelle nicht und dann gucken die 5 Minuten gucken 10 Minuten und das geilste ist und das hatten wir auch schon wenn dann irgendein anderer YouTuber ein Video gegen dich macht dann hast du es geschafft man dann musst du gar nichts mehr machen dann machen andere für dich Werbung weißt du was ich meine for free gab es gegen euch so ein Reaction Video da gab es mehrere sogar also Steve hatte dann so eine viele Videos auch alleine gemacht safe und da hat er zum Beispiel mal über Facts gelabert oder Dinge auseinander genommen die wirklich sehr kontrovers waren und so wo man dann wirklich dachte okay da redet der jetzt drüber mutig krass los dann zeig mal was du kannst und dann gibt es halt immer jemanden der sich denkt so ne den fahr ich jetzt in in kann das sehe ich ja auch nicht ein dass der jetzt da so offen drüber redet da muss ich jetzt was zu sagen und das war sehr oft also nicht oft aber so ein, zwei Mal so der Fall gewesen wo man so halt diese YouTube Community schon so richtig gecatcht hat und dann wo es nicht mehr nur um diesen Hauptcontent ging sondern dann hat man auch mal Videos für die Hardcore Fans gemacht ein Vlog zum Beispiel wo man halt voll viel deepen Stuff gelabert hat oder ein Story Video wo man halt über irgendeine Geschichte erzählt hat und da gab es ja öfters mal ein Thema wo dann ein paar Leute gesagt haben so ne das läuft nicht so und dann gab es dann auch eine Zeit wo wir wo er dann auch mit großen YouTubern dann auch kooperiert waren zum Beispiel ABK wenn ihr das was sagt ABK also das ist so die New Generation YouTuber sag ich mal die es jetzt so geschafft haben vor ein paar Jahren und mit denen hatte man dann auch viel Kontakt und da gab es dann auch so ein paar sag ich mal Videos gegen ihn weil dann irgendwelche Storys über den einen YouTuber war und dann war der dann noch mit involviert und halt dieses YouTube Gossip Stuff so das war ja damals auch so ein richtig geiler Film dann wenn die ganzen YouTuber sich gegenseitig bekriegt haben da gab es mal so eine Zeitgefühl ne wo das so ein übeles Trend war einfach nur so Reaction Videos zu machen so Video gegen den Reaction auf Reaction Videos und dann gab es diesen diesen einen YouTube Nachrichtensprecher der hat gesagt ich nehme mich da einfach raus aber das und das ist passiert und so ja haben alle eine Lücke gefunden so ne also YouTube so der Hype die Kids haben es voll gefressen die haben es mies gefressen das war für die so gute Zeiten schlechte Zeiten mäßig so bloß so free nur halt New School gefühlt extrem safe und da waren wir auch voll mit drin also also diese Generation wie sich das entwickelt hat wenn du ein richtiger YouTuber bist und da richtig krass mit involviert bist so dann machst du auch diese Entwicklungen mit als YouTuber safe vor allen Dingen dann so wenn du dann immer am Start sein willst was gerade im Trend ist oder wenn deine Videos im Trend kommen oder so dann kommst du da nicht drum herum dass du dann damit auch mit zu tun hast so würde ich einfach mal sagen außer du hast halt ein Content den nur du hast und den verkauft sich wie wie es böse so weißt du ich meine da musst du überhaupt null kooperieren dann machst du halt dein Ding und das läuft so aber heute noch eine Nische zu finden ist ja muss schon echt ziemlich hart grinden das ist das Erste und das Zweite auch echt kreativ sein glaube ich um nochmal irgendwas zu machen wo du sagst okay und ich mach das jetzt so und so und so dass das ein bisschen abhebt also da Hate immer gefeiert wie ist das so wenn du was wolltest du sagen sorry ich würde nur sagen dass heutzutage ist es halt so wenn du jetzt noch die Nischen die noch offen sind so Rollen erfinden wenn du dir eine Rolle aneignest die übelst authentisch rüberbringst und dann mit Comedy oder sonst irgendwas machst so das weil das gibt es weniger heute weil wie gesagt viele machen virale Sachen die machen es einfach nach und versuchen ihre Cloud da zu holen aber keiner ist mehr mit wirklich Effort am Start und denkt sich mal was aus und schauspielert mal und die Leute zu unterhalten so richtig so gibt es fast gar nicht mehr gut auf der anderen Seite denke ich mir so dann ist es ja nicht authentisch an sich wenn du sagst du verkaufst eine Rolle oder authentisch ist es ja nicht authentisch das kommt drauf an also das kommt wirklich drauf an was ist denn dein Ziel so willst du die Leute verarschen oder willst du die Leute wirklich einfach nur unterhalten das heißt du du lebst in Synergie mit deiner Rolle sprich du bist auch mal normal und sagst den Leuten aber auch das ist meine Rolle so ich gebe die euch damit ihr was zu lachen habt zu einen auf denen und da kenne ich jetzt auch ein paar YouTuber die das jetzt seit kurzem machen und mega erfolgreich damit mega erfolgreich so das ist so so ein Ding was es halt heute fast gar nicht mehr gibt so dass Leute sich Gedanken machen wie kann ich was erfinden was die anderen lustig finden so das ist relativ wenig früher als ich es losging fand ich es halt auch zum Brüllen diese Short Clips mit Wines oder so ja safe das war so richtig richtige Filme gedreht so Minifilmchen die einfach zu Unterhaltung gingen so eine Minute 30 und nicht da eben ich muss zum Beispiel auch sagen kann man feiern oder nicht ich finde zum Beispiel Mr. Beast ja Tod ist lame weil das hat für mich nichts mehr mit diesem ey also riesen Respekt vor dem Effort und riesen Respekt vor den Leuten die das auch schneiden müssen für ihn und alles drum und dran das sind teilweise ich hab das mal in einem auch so einem Analysevideo gesehen bei TikTok da waren in einem 60 Sekünder waren 186 Cuts und Zooms und alles mögliche um immer was drin zu haben was den Zuschauer halt wieder catcht und wieder einholt aber das ist für mich halt nicht irgendwie so das ist mir zu groß für YouTube weißt du was ich meine das ist so weg von diesem ey wir sind eigentlich Kreative und Filmemacher und darum geht's das geil abzubilden aber eben nicht da jetzt groß mit einem Millionenbudget da reinzuballern und deswegen ich feier das irgendwie überhaupt gar nicht aber Leute finden's cool er gibt ihm recht und ich gönne's ihm ja auch um Gottes Willen darum geht's ja gar nicht aber es ist nicht mein mein Style und so Haltung irgendwie aber ich sag mal so wo er angefangen hat hat er ganz anderen Content gebracht so als heute so weißt du ich mein da war ja noch viel Passion dabei Kreativität und alles und klar du stumpfst irgendwann ab so und heute sitzt er ja selbst in Interviews und sagt ganz ehrlich genau das Ding er sitzt ja selbst in Interviews da und sagt ey pass mal auf vielleicht verdiene ich 5 Milliliter mit einem Video mag sein aber ich brauche dann fürs nächste Video wieder 4,5 Milliliter von ja und du schiebst dich selbst dieses Crit Game Ding dieses Häuser vermieten und drum und dran der hat sich selbst so genau diesen Druck aufgebürdet immer besser und krasser zu werden auf einem Level was riesen Respekt nötigt abnötigt aber es ist halt schwierig also das Ding zu halten ist dann halt wirklich krass schwer ja und es ist bei einem Halten besser geht es kaum noch das immer wieder zu reizen und auszureizen und weiterzumachen so also ich sag ehrlich Fame zu werden ist kein Ding Fame zu bleiben das ist das Ding so dass du dann wirklich deinen Platz in der Unterhaltungsbranche hast und auch bleibst auch wenn du nicht mehr gerade so kreativ bist oder mal eine Downphase hast dass die Leute nicht gleich sagen okay der ist nicht mehr da also scheiß drauf weg ist er so ja und das ist halt die Kunst sag ich mal am Fame sein wie ist denn das man baut das auf 60, 70k und so und dann ist es plötzlich nicht mehr da also es kam schleichend sag ich mal so okay also es war jetzt nicht so nicht so ein Boom und dann hast du plötzlich mental festgestellt boah scheiße man was hier los sondern du konntest dich quasi dran gewöhnen in Anführungszeichen ja teilweise also es war schon traurig weil es ist nicht nur das wegen dem Artikel 13 und dass wir dann sag ich mal viele Videos verloren haben sondern es kam alles gleichzeitig so soziales Leben hat auch richtig krass reingehauen wir haben uns dann also wir haben zusammen gewohnt und haben uns dann getrennt also nicht wir waren auch immer best friends alles safe aber ich hab da eine Beziehung und erst dann nach Berlin gezogen und dann hat man zum ersten Mal so eine richtige Distanz zwischeneinander gehabt und er hat dann wirklich sein Ding komplett allein gemacht ich hab mein Ding komplett allein gemacht und das hat's dann halt alles so ein bisschen verändert aber das hat man gebraucht um so ein bisschen zu wachsen und neue Dinge zu lernen und einfach seine das was man machen will nochmal so richtig zu festigen und jetzt an dem Punkt sind wir jetzt beide wir haben jetzt beide durch dieses Trennen dass jeder sein Ding macht komplett neue Stile uns angeeignet ich hab Tätowieren gelernt und das Rappen auf ein neues Level gebracht er ist jetzt DJ macht immer noch Videos macht auch coole Fotos und alles modelt auch teilweise mit und mit diesen ganzen Dingen so jeder hat jetzt seine Fanbase aufgebaut und wenn wir jetzt wieder was zusammen machen dann wird das direkt was krasses so weißt du was ich meine also wir werden da jetzt in der Zukunft haben wir viele Projekte geplant wir machen jetzt erstmal noch den anderen Shit fit dass das alles safe ist mein Laden zum Beispiel sein DJ Stuff dass das alles stabil ist und dass man sich finanzieren kann auch teilweise und dann werden wieder Movies gedreht auf jeden Fall dann kommen wir wieder ins Game und dann come back in game quasi 100% safe wird dir erstmal verraten sehr geil man safe und Musik werde ich auch noch auf einem professionellen Level machen ich arbeite gerade an einer richtig fetten EP und an einem Mixtape und ich halte das immer so ein bisschen lowkey mache da jetzt nicht so Faxen so weil mir geht es wie gesagt um die Kunst so mir ist es scheißegal ob ich das rausballere und die Leute feiern das oder die kaufen das mir ist es wichtig dass ich das machen kann und dass ich zu 100% sage das ist geil man das feiere ich das ist mein Lieblingslied so ein auf dem das ist original geil weil ich habe jetzt vor einigen Wochen hier beziehungsweise die Folge ist schon draußen mit Sava ist ein Rapper aus dem Underground Freiberg Dresden die Ecke gesprochen der war in meiner Grundschulklasse und habe ich auch irgendwann gecheckt man krass der rappt so und das ist so der geht so extrem in so eine deep melancholische Richtung so ein bisschen ich habe aus Spaß immer gesagt so heißt die Folge auch Deutsche NF und er sagt genau das gleiche dieses ey ob das Leute hören oder nicht weißt du Hauptsache ich kann mich im Spiel lang gucken und ich fühle das und ich feiere das und das ist halt geil so 100% also du machst kreativ wir waren viel beim Tätowieren YouTube haben wir auch drüber gesprochen Comeback im Game du rappst noch und du modelst auch noch und das ist ja auch das Geile warum du hier sitzt du wurdest ja angesprochen von Patrick hat er mir erzählt mitten random im Rewe im Rewe wirklich so komplett also ne hier Regisseur und danke dass wir hier sein dürfen nochmal auch das ist eben auch Patricks Verdienst appreciate ihn genau der hat dich angequatscht so richtig klischee mäßig boah der hat irgendwas bist du bist du model und so und das so also ich sag mal so ich wurde schon öfters mal angesprochen und ich wusste dann meistens immer das sind irgendwelche Hobby Fotografen oder möchte gern äh Casting Couch Typen so ne hier kommt da noch ich sag mal so man merkt schon direkt die Energie wenn du mit jemandem sprichst vor allen Dingen wenn du selber kreativ bist und mit Leidenschaft da merkst du direkt wenn jemand auch denselben Film schiebt man findet ich wollte gerade sagen man findet sich ja ja man findet sich das weibt einfach gleich ich hatte schon ein paar mal das gab dass dann welche zu mir gekommen und meinten so ja ich möchte gern mit dir ein paar Fotos machen und so das war immer gleich direkt so dieses ja ich mach Fotos dann hast du was für dein Insta und cool ist so ein auf denen und das ist für mich so klar kann man machen ist cool kein Problem aber dafür da hab ich kein Interesse dran so weißt du und bei bei Borshi war es halt so bei Pat er hat mich angesprochen und meinte so da siehst du voll krass aus und so wie du aussiehst das ist einfach krass ich muss mit dir arbeiten ich muss mit dir Projekte machen und hat einen ganz kurz angerissen was er macht und meinte so komm an mein Büro lass mal quatschen so und da wusste ich schon Büro und so okay das kann was ernsteres werden und dann haben wir uns dann getroffen und da waren direkt diese diese Connections da ich wusste direkt okay wir können auf einer Base arbeiten und das läuft und der hat mir seine Projekte gezeigt ich war komplett überzeugt und musste überhaupt gar nicht mehr weiter quatschen und war direkt dabei so wusste das wird was auf jeden Fall und seitdem haben wir ja gute Projekte schon gemacht schon angefangen und ich bin absolut zufrieden genau so hab ich mir das vorgestellt und da da hatte ich auch Bock drauf es war so richtig genau perfekt zum Zeitpunkt ist er gekommen weil ich mir dachte ich will modeln ich hab darauf Bock weil ich mach ja auch viel Fitness und so und bin da die ganze Zeit dabei meinen Körper irgendwie auf ein perfektes Level zu bringen und dann immer mit Nahrungspreparation und alles sowas und irgendwann dachte ich mir ich muss da mal was dafür verdienen mit dem Körper auch machen du kannst ja nicht die ganze Zeit da den Körper so krass machen und du machst dann Training und stehst früh auf und hast da deine so und so viel Gramm Nahrung am Start und gehst da nicht drüber und bist so konsequent mit dir dass du dann dir denkst so da muss was kommen so das kann nicht einfach so einfach so da sein auch wenn es geil ist macht Spaß aber ich brauch dafür auch schon irgendwie ein paar Credits so safe ich liebe das auch allgemein wenn du vor der Kamera halt einfach stehst so und ich mein auch ein Produkt repräsentierst machst du ja auch Nebelkind können wir ja auch sagen von meiner Seite aus das ist vollkommen easy hier drin ich krieg mein Hoodie noch und das krasse ist das ist so ein bisschen auch der letzte Punkt was ich halt cool finde ist du wirst angequatscht und ey positiv voll geiler Ausstrahlung voll cooler Vibe und so Thema was scheiße mit dazugehört auch viel Klischee dabei wie ist sonst so teilweise die Wahrnehmung wenn man dich irgendwo sieht und antrifft ich kann mir vorstellen ich sag's mal ganz klischeehaft fuck guck mal A hat ja erstmal dunkle Hautfarbe ist schon mal irgendwie großlich und fremd gerade hier bei uns im Osten so schlimm wie das ist gibt's Menschen die einfach nach wie vor so denken dann hat er noch Face Tats aber eigentlich bist du wir quatschen jetzt seit 90 Minuten wir kennen uns seit ungefähr 2 Stunden ist wirklich so kein Scheiß also es ist immer das coole Leute hinzusetzen man kennt sich nicht zack und los du bist ja vom Typ chillo und cool und alles easy aber eben die Optik könnte man meinen das komplette Gegenteil teilweise also wie ist das hier in Halle wie ist das allgemein wenn du unterwegs bist und Leute sehen dich boah scheiße zugehackt und boah weiß nicht der Style und so also ich bin ehrlich am Anfang war das so richtig mein Plan gewesen ich hacke mich komplett zu und bin anti-social so keiner quatscht mich an alle gehen so machen einen Bogen um mich und wollen am besten nichts mehr zu tun und immer sitzt platt im Zug das war mein Plan weil ich bin sehr sehr anti-social eigentlich und hatte ein bisschen viel Schwierigkeiten in meinem Leben deswegen dachte ich mir okay die Außenwelt die will mich fertig machen alle anderen Menschen sind böse und es gibt keine guten Menschen so ein auf denen deswegen war es dann auch geprägt ja schon krass gescheiße in deinem Leben und deswegen war auch zu meiner schwersten Zeit wo ich mich am beschissensten gefühlt habe sage ich mal sind auch die meisten Face-Teds dann auch entstanden so richtig impulsiv so und aber das war gar nicht der Fall sobald er nicht dann die Teds hatte und alles war so full sage ich mal kam bis jetzt nur krass positiver Feedback so echt ja vor allen Dingen so von der Frauenwelt ganz krass so man wird man wird angemacht man wird angesprochen und nach der Nummer gefragt und alles und als Mann weißt du wie es ist so man man muss immer selber auf Frauen zugehen und dann Nummer holen oder sich vorstellen und dies und das und das mal aus so einer anderen Perspektive zu bekommen weil ich hab mich ja erst mit 25 ungefähr so angefangen zuzuhacken und davor war ich ein ganz normaler Typ so auch so und man wünscht sich das halt immer so als man mal angesprochen zu werden oder dass man eine wirklich schöne Frau die man wirklich schön findet auf einen zukommt und dann mit einem spricht so und das war eine ganz krasse Erfahrung so für mich dann einfach zu sehen wie die Leute auf mich reagieren vor allen Dingen hier in Halle weil ich auch ich bin hier aufgewachsen und ich weiß wie intolerant die Leute hier sind aber durch diese Kombination wie du schon gesagt hast ich bin schwarz ich hab Tattoos im Gesicht ich bin ein bisschen breiter als du rappst ich mein mehr Klischee geht ja fast gar nicht ab und zu mal mit coolen Style unterwegs sag ich mal die Leute also behandeln mich heute nicht sorry dafür kann ich ändern aber ein bisschen lowkey unterwegs ne aber die Leute ohne Scheiß also ist jetzt kein Push oder so aber die Leute behandeln mich als welchen Star so safe 100% vor allen Dingen im Gym so wenn ich da trainiere und ein bisschen körperfreier bin da gibt es dann so Leute die sind richtig geflasht von meinem Ding was ich bin und sind da richtig so boah ey aber erst seitdem du die Tats hast erst seitdem ich die Tats habe safe muss ich wirklich so sagen davor war gar nichts ich wollte nicht mal mit dem Arsch angeguckt sondern ganz normal ich bin in der Masse untergegangen so und jetzt ist so die machen richtig Platz und machen boah ey cool cool wer bist du was machst du und ich bin nur am Quatschen safe egal wo ich hinge weil die meisten vielleicht sich auch denken ganz ehrlich aus meiner Perspektive zum Beispiel der ist so zugehackt der geht ins Gym der hat diesen Style der hat einen Wiedererkennungswert das kann entweder nur ein übster Profisportler sein der richtig abcashed weil bei der Sparkasse am Schalter mit Face Tats schwierig wird da kein in Anführungszeichen normalen Job machen oder irgendwie so oder schwierig da ranzukommen vielleicht heutzutage immer noch mit Face Tats irgendwo als Lehrer zu arbeiten keine Ahnung ich weiß es nicht ja das ist schon schwierig und und okay oder er ist eben wirklich ein krasser Künstler Musiker ein Rapper oder so was du alles bist sag ich mal und das ist glaube ich halt einfach dann schon was besonderes wieder so ne ja und ich hab auch gemerkt dass die meisten Leute so die wollen aus ihrem grauen Alltagsleben raus unbedingt und viele viele Leute sehen in mir dieses raus der macht was ganz anderes der ist auf einem ganz anderen Film wo er Bock hat einfach wo er Bock drauf hat ja er macht einfach sein Ding so und ist macht hat dafür noch Cash und macht's und sieht nicht aus wie der letzte Penner oder hat Struggle sondern ja du kannst davon halt leben weißt du ja genau und viele Leute sind so lebt davon die wollen das auch die wollen da mitmachen die wollen die wollen dazugehören und das ist halt das was ich halt irgendwie bisschen scheiße auch finde dass die davon geblendet halt sind wenn jemand komplett anders ist so safe weil das halt nicht normal ist so weißt du was ich meine und obwohl du eigentlich vom Grundtyp her bist du eigentlich der Typ wie immer ich bin ein Mensch aber ich meine auch wie vorher oder würdest du sagen du hast dich auch durch die Tattoos irgendwie auch von der ganzen Personality verändert also ich bin sagen wir mal selbstbewusster geworden als dadurch weil ich sozusagen jetzt in meinem Körper den so finde wie ich den halt gerne haben möchte also ich sehe in Tattoos wirklich für mich einfach so eine Erfüllung das erfüllt mich das macht mich real das macht mich das macht mich einfach komplett so als wäre das also ich war schon immer so wo ich ein kleiner Gwanz war weil ich schon immer Tats habe und fand es so geil sich einfach auf so eine Weise auszudrücken ohne dass man jetzt immer erklären muss okay ich bin das ich finde das cool und das und das und das guck einfach meinen Körper an lass dir Zeit guck alles entspannt an frag ein bisschen was ab dann weißt du wer ich bin dann hast du deinen Plan so und für viele Leute ist es auch so die sehen meine Face-Tats die gucken mir ins Gesicht und es ist nicht nur 100% alles positiv so ist klar es gibt Leute die feiern das nicht aber genau mit diesen Leuten würde ich nichts zu tun haben so ist ja klar das sind unkreative meistens das sind intolerante Menschen meistens und teilweise auch ein bisschen bösartige Menschen weißt du und meistens ist es so du musst erst mal mit den Leuten reden du musst erst mal wissen was sind denn ihre Intentionen was machen die was sind die was wollen die von dir so aber durch meine Face-Tats die zeigen mir sofort ihre Intentionen entweder heftig positiv oder halt negativ die erste dieser erste Grundimpuls in der Mimi genau den kannst du auch nicht kontrollieren diese erste Mikroimpression Expression meine ich dieses erste und die nehme ich immer wahr ich bin richtig ich passe richtig auf wie sind die Leute den first attempt zu mir und dass ich genau weiß wie war dein erster Eindruck von mir dein super positiv safe super positiv auf jeden Fall ja natürlich ich sage dir das jetzt hier und camp das merkst du direkt das merkst du wirklich direkt die Leute gucken dich abwertend an also diese erste erste in die Augen schauen das kannst du nicht verstecken oder dieses Zittern im Auge dieses so weißt du das kriegst du nicht weg und egal wie krass du bist du hast einen Hauch davon und ich passe 100% genau auf wenn ich jemanden gleich begrüße deep in die Augen gucken und richtig so hallo dann weiß ich genau okay die Person ist es nicht so da brauche ich gar nicht auch wenn weil meistens die wollen ja irgendwas von dir deswegen die Schauspieler die tun so die machen einen auf oh ja du bist ja der Coole und boah aber die 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 sag ich mal die die ersten tausendstel hundertstel Sekunden das ist dann so das was das verrät ich habe ein Signal bekommen von draußen ich würde noch gerne eine Frage stellen das letzte ist immer so ein bisschen komplett gefreestyled erst mal danke dass du die Zeit genommen hast vielen Dank dass ich da sein durfte ohne Scheiß das war sehr große Ehre auf jeden Fall wir hätten bestimmt noch 6-7 Stunden füllen können aber YouTuber wissen das Video zu lang ist immer schlecht nein das war jetzt wirklich anderthalb Stunden fast super bei mir bekommt immer der Gast die Stage ganz zum Schluss du kannst ist mir egal ob du jemanden grüßt ob du Werbetrommel rührst für dich die ganzen Socials und so weiter sind natürlich verlinkt von dir und auch drum und dran natürlich YouTube unten alles am Start natürlich was du da mir auch schickst wo du sagst hier pack mit rein ist alles unten verlinkt zu dir ich sag nur danke und vielleicht das einzige was ich immer cool finden würde und dann kannst du machen was du möchtest ist so eine kleine Message vielleicht von dir nach draußen gerne an alle die sagen ey fuck it der Typ ist entweder total scheiße aber lebt mein Leben oder der Typ ist total cool lebt mein Leben ich will auch einfach meinen Scheiß machen und davon leben können let's go man danke dir also was ich noch sagen kann ist auf jeden Fall was ich ganz ganz wichtig finde ist Selbstentfaltung ist ein absolut wichtiges Thema und sollte immer gemacht werden so egal was du machen willst scheißegal tätowierst du bist keine Ahnung Politiker oder willst Bäcker werden oder sonst was so do it do it mach dein Ding lass dich überhaupt nicht stressen egal wenn du kein Geld hast oder wenn es scheiße läuft so absolut egal mach dein Ding tu das mit Leidenschaft und lass dich nicht abfacken nicht ablenken und zieh das durch es wird irgendwann safe das werden was du willst wenn du da dran bleibst so und das ist absolut der Fact hab ich gelernt auf die schwere harte Tour und das ist der absolute Safer wenn du dich auf deinen Scheiß konzentrierst und das durchziehst safe deswegen heißt das ganze Ding hier Hashtag PFL presents Passion for Life mehr Passion geht nicht Mensch und das hier them las